Everybody's wrong, rewrote the song, it stops become action, tell me what's happening, wish your mind rapped in, rapped around, rapped around, rapped around, rapped around, wish, wish your mind rapped in, rapped around. Yo, YouTube ist Sonic here und ich darf euch heute recht herzlich auf dem Team, wir know die kleinen Channel begrüßen. Im Hintergrund seht ihr heute eine 153 Sekunden Nuklear auf Nuketown mit der M8A7, er spielt von dem lieben Snakes. Auf jeden Fall mal auf seinem Channel vorbeischauen, da gibt's nämlich wirklich anschauliche Gameplays meiner Meinung nach. Der Link zu seinem Channel wird ganz oben in der Videobeschreibung sein und ja, unser Twitch-Kanal wird einfach auch in der Videobeschreibung sein, da solltet ihr auch vorbeischauen, weil wir eventuell heute Abend streamen wollten für euch. Auf jeden Fall dann auch mal da einschalten, dann könnt ihr ein bisschen zocken, äh, ein bisschen zocken, alles klar, ein bisschen zuschauen, wie wir ein bisschen BO3 spielen, gucken was wir da machen, ein bisschen Arena oder andere Scrims spielen. Da, jetzt kommen wir noch zu dem Thema, was ich gerade gesagt hab mit den Scrims. Wir haben auf jeden Fall jetzt wieder ein Competitive Team gemacht, haben uns jetzt auch schon alle einen Account bei MLG.com gemacht, haben da schon unser Team jetzt gemacht und ja, versuchen uns da auf jeden Fall ein bisschen hochzuarbeiten und so. Und ja, falls ihr in einer Clan seid oder einem Scrim-Team, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, falls jemand Scrim oder so wollt gegen unser Team. Auf jeden Fall würden wir das dann, denke ich mal, in BO3 machen oder in AW, aber ich denke nicht mehr, dass wir auf den alten Konsolen noch Scrim spielen werden, weil, keine Ahnung, das ist halt echt ein bisschen ausgelutscht und wir spielen da lieber auf den neuen Konsolen ein bisschen Black Ops 3 Scrims. Auf jeden Fall könnt ihr das dann in die Kommentare schreiben, wenn ihr mal ein Scrim gegen unseren Clan wollt. Wäre auf jeden Fall mal eine coole Sache gegen euch da zu spielen. Und ja, auf jeden Fall sag ich auch mal meine Meinung, was ich so zu dem Thema mit Competitive halte. Und da muss ich einfach sagen, dass mir Competitive einfach momentan viel besser gefällt als Public, weil Public findest du einfach wirklich nur Gegner, die entweder irgendwie abfucken, weil ich find Black Ops 3 Public, das fuckt mich momentan eh richtig ab. Da ist einfach jede Runde der Rage is safe, würde ich behaupten. Auf jeden Fall find ich einfach Competitive viel geiler, weil da spielt man auch gegen Gegner, die so auf deinem Level sind. Ja, oder manchmal spielt man auch gegen bessere Gegner, aber das spielt in Competitive eigentlich gar keine Rolle. Hauptsache der Win zählt, und man muss doch nicht so auf Gameplay schwitzen, das ist auch eine Sache, die mir gut gefällt, dass es da jetzt nicht so drum geht, wer hier die meisten Tode oder die meisten Kills hat. Die meisten Tode, ich meinte die wenigsten Tode oder die meisten Kills. Und ja, darum geht's auf jeden Fall in Competitive nicht wirklich. Ich mein, wenn man da ein krasses Gameplay macht, so, was weiß ich, mit 60 Kills oder so, unter 10 Toden in Stellung oder so, ist auf jeden Fall schon eine coole Sache. Aber ist halt echt irrelevant in Competitive, weil es da wirklich nur um den Sieg geht. Und das ist für mich eine coole Sache, weil da bekommt man auch ein bisschen mehr so Teamplay und da unterstützt man sich halt wirklich gut, weil man ist ja ein Vier-Mann-Team und das bockt halt echt, weil man sich da absprechen kann, wer wo geht. Und bei Public rushen einfach alle drauf los, rasieren die Gegner und so. Deswegen ist Public auch so eine Sache, die mir nicht so gut gefällt. Und ja, deswegen gefällt mir auch einfach das Competitive viel mehr. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet, Competitive oder Public. Und ja, ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einfach mal einen Daumen nach oben da. Ich bin raus, haut da rein, Sonic sagt bye und ciao.